Hallo und herzlich willkommen bei Düsseldorf Baum & L. Heute Tücher Nummer 23. Schauen was drin sein wird. Sieht nach Oreo aus. Ja, Oreo haben wir hier. Originale Oreo, was man sowieso hier in Deutschland kriecht. Und so, weil ich vermute mal eher wohl. Und meine Vermutung bewahrheitet sich wie ein ganz normaler Oreo Keks. Naja, den würde ich jetzt dann auch auf dem Ranking für morgen rauslassen. Aus dem Grund, es ist jetzt nicht unbedingt typisch USA, das kennt man schon hier in Deutschland locker. Alleine jetzt nicht nur als Keks. Und auch besondere Kekse, wo auch noch mal Mantel rum ist, zu sagen mal Schokolade, sei es dunkler oder weißer. Oder wo die Füllung hier in der Mitte eine andere Farbe drin heißt und so. Entschuldigung, das ist ja nichts wirklich besonderes. Und so. Weiß ich jetzt ja nicht, was da so besonders sein sollte. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich das auch nicht gut, dass ein deutsches Produkt in der USA Adventskalender drin ist. Das fand ich aber auch schon hier von nicht ganz so toll. Von den Popcorn. Aber jetzt auch doch das mit den Oreo. Und so. Naja. Das war es übrigens wieder vom Video. Ciao. Bis dann. Mach, versuch mal auf 23 die Maxi händen. Ichesic. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt einbelliges. Wurspellier. Wurspellier. Also fehlt das hier. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt ein bisschen old. Kannst du ein Urteil.